Na, bist du auch auf der Suche nach einer neuen Rad-Reifen-Kombination für deinen Bronco, weil dir die originalen Räder nicht ganz so gut gefallen, möchtest jetzt aber auch nicht weit über 100 Euro dafür ausgeben und bist dir dabei auch nicht ganz schlüssig, welche Räder jetzt passen und ob irgendwo was schleift, dann ist das genau dein Video. Serienmäßig kommt der Bronco auf zwei Zweier-Rädern daher. Es handelt sich aber dabei um eine ganz stinknormale Kunststoff-Felge, die ich hier schon mal farblich so ein bisschen aufgewertet habe. Es ist keine Beatlock-Felge, keine Metall-Felge. Bedeutet also, dass der Reifen hier mittels Sekundenkleber an der Felge befestigt worden ist. Das Profil an sich ist gar nicht so schlecht. Der Reifen wirkt, ja, zu hart möchte ich nicht sagen. Es geht aber sicherlich auch weicher. Mir hat die Performance allerdings nicht so gut gefallen und deswegen möchte ich diese einfach austauschen gegen Metall-Felgen, die ich dann auch noch mal so ein bisschen aufbleie und das Profil soll bei mir deutlich grobstolliger sein. Die Problematik, die wir dann hier tatsächlich haben bei diesem Fahrzeug, das ist, dass die Räder wirklich nahezu perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt sind von der Größe her. Das geht gerade so sauber hier in den Radkasten rein und wenn wir uns das hier vorne mal anschauen, wenn die Räder jetzt hier voll eingeschlagen sind, kommen wir gerade so hier vorne mit der Stoßstange klar. Also die Räder passen prinzipiell vom Durchmesser her und von der Breite her schon wirklich super zu diesem Fahrzeug. Deswegen ist es natürlich auch umso schwerer, da jetzt was Vernünftiges zu finden. Zunächst wollte ich meine Lieblingsräder nutzen, beziehungsweise meine Lieblingsreifen, die Louis CR Champ, bis ich dann festgestellt habe, dass die wirklich viel zu groß sind, viel zu klobig sind und überall schleifen würden. Deutlich schmaler oder geringer im Durchmesser wollte ich aber auch nicht werden. Und dann gab es ja noch die Problematik mit dem Preis. Ich habe dieses Fahrzeug hier gekauft für knapp unter 600 Euro und jetzt nochmal direkt nach der ersten Fahrt 100 Euro in Räder investieren. Na, das wollte ich dann auch nicht so ganz. Aber ich bin tatsächlich fündig geworden und ausnahmsweise mal bei Amazon, obwohl ich da eigentlich gar kein Fan von bin. Und was ich da gefunden habe, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Was mich zum Kauf bewogen hat, war der Preis. Ich bekomme für 64,99 Euro 4x 2,2er Reifen inklusive Schaumstoffeinlage, B-Lock-Felge aus Metall. Das hätte ich so nicht gedacht. Wenn wir uns den 2,2er Reifen hier mal genauer anschauen, dann kommt uns zudem dieses Profil doch sehr bekannt vor. Das sieht 1 zu 1 genauso aus wie die Canyon Trail Reifen von Traxxas. Sie sind nicht ganz so weich. Sie sind ein bisschen härter, genauso wie die Kunststoffeinlage. Und auch bei der B-Lock-Felge muss man sagen, dass die Qualität jetzt nicht herausragend ist. Ich habe das Ganze jetzt hier mal schon in der passenden Farbe bemalt. Aber es kommt alles aus Metall. Aber man darf hier wirklich keine RC4WD-Qualität erwarten. Das bitte auf gar keinen Fall. Ich habe den ein oder anderen Reifen schon mal montiert. Und ich kann dir sagen, die Schrauben sind wirklich minderwertig. Man hat zwar die ein oder andere Ersatzschraube mit dabei, aber wenn du dich entscheiden solltest, diese Räder zu kaufen, dann sei bitte ganz vorsichtig mit den Schrauben. Das eine Mal passt der Imbus gerade so rein und man muss ihn noch so ein bisschen reindrücken. Und bei der nächsten Schraube hat der Imbus ein bisschen Spiel. Die Fertigungstoleranzen sind schon wirklich massiv. Und schneller als man gucken kann, hat man hier so einen Schraubenkopf rund. Ja, da ist also definitiv Vorsicht geboten. Aber für den Preis, finde ich, ist das immer noch okay. Okay, wenn wir uns hier den Reifen mal angucken, der ist tatsächlich nur minimal größer wie das Original. Das war mir besonders wichtig. Wir haben hier einen Durchmesser von etwa 133 Millimetern und eine Breite von so 52, 53 Millimetern. Es sollte also gerade so passen und wenn, dann nur minimal schleifen. Aber das schauen wir uns dann später in Ruhe an. Bevor du die Reifen auf der Felge montierst, gibt es so ein, zwei Tuning-Hacks, die ich dir ganz gerne mitgeben möchte. Schritt 1 wäre jetzt zum Beispiel die Bearbeitung des Profils. Es hat sich bei den Canyon-Trail-Rädern herumgesprochen, dass es besonders gut sei, diese Bereiche hier, diese ganz kleinen hier vorne, einfach auf jeder Seite einmal rauszuknipsen, weil man dann noch mehr Angriffsfläche hier im Profil hat und die Performance dann einfach nochmal besser ist. Und das möchte ich in jedem Fall testen. Du kannst das Ganze mit einer Nagelschere machen. Da wird es schon so ein bisschen schwieriger. Ich mache das hier mit so einer kleinen Zange. Vorsichtig natürlich jetzt. Ich habe die Schaumstoffeinlage extra rausgenommen, dass man jetzt hier nicht den Reifen beschädigt. Wenn du da einmal durch bist, dann bist du durch. Das wäre sehr schlecht. Und jetzt kannst du wirklich beigehen und diese kleinen Teile hier vorsichtig rausknipsen. Das Ganze dauert ein Weilchen. Nach der Bearbeitung sieht das Profil dann so aus. Und ich bin mir sicher, dass kriegst du sogar ein bisschen schöner hin als ich. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze im Wohnzimmer zu machen. Deine Frau wird aus der Ferne brüllen, weil sie denkt, du würdest dir die Fußnägel schneiden. Und du darfst später überall diese ganzen Gummi-Nupsis von dem Teppich sammeln hinterm Sofa. Das wird ein Fest. Schritt 2 wäre dann das Aufbleien der Felge. Mehr Gewicht am tiefsten Punkt des Fahrzeugs kann gerade im Crawler-Bereich auf keinen Fall schaden. Dazu nehme ich hier gerne diese Felgen-Auswucht-Gewichte und die klebe ich jetzt hier schön auf den Kranz einmal drauf. Man muss natürlich gucken, ich würde das Ganze jetzt nicht endlos aufbleien, denn Gewicht bedeutet natürlich auch immer Verschleiß für die Achsteile. Dazu kommt, je mehr Gewicht ich jetzt hier aufbringe, desto mehr komprimiere ich natürlich auch die Schaumstoffeinlage, desto fester wird der Reifen. Und ich denke, dass wir alleine mit der Tatsache, dass es sich hier schon um Metallräder handelt, plus jetzt hier diese Gewichte, da werden wir schon einen ordentlichen Unterschied bekommen zu den serienmäßigen Rädern. So, kleben wir jetzt auf. So sieht das Ganze dann aus. Eine Lage soll mir erstmal genügen. Das Ganze wird jetzt hier reingepopelt. Einmal mit so ein bisschen Druck da dran gehen und dann schauen, dass das wirklich schön drin sitzt. Die Schaumstoffeinlage, die kann dabei manchmal so ein bisschen stören. So, und dann musst du dir natürlich überlegen, welche Seite ist außen, welche Seite ist innen. Und bei diesen Rädern ganz wichtig, sie sind laufrichtungsgebunden. Du hast hier an der Seite nochmal so ein Rotationspfeil. Da schau bitte drauf, es wäre jetzt nichts ärgerlicher, als wenn du alle Räder montiert hast und dann später feststellst, dass die Laufrichtung bei manchen falsch ist. Du das alles wieder auseinanderreißen musst. Das wäre wirklich sehr ärgerlich. Das Ganze zusammensetzen ist dann auch gar nicht mehr schwer, wenn du dich über die Laufrichtung informiert hast. Dann kommt der Kranz hier einfach so durch. Zack, dass er das hier schön festhält. Und oben schraubst du die Seite dann schön fest. Ich zeige es dir jetzt nur einmal ganz grob. So, das Ganze wird dann komprimiert, zusammengedrückt. Zum Schluss Radmitnehmer drauf. Schrauben dazu findest du alle mit im Lieferumfang. Was ich dir jetzt hier auch empfehlen würde, ist, nehm einfach mal mittleren Schraubensicherungslack, weil es sieht auch immer sehr blöd aus, wenn sich hier mal was löst und dann fehlt nachher eine Schraube. Und das umgehst du einfach, indem du überall so einen kleinen Tupfer drauf machst. Das hält einfach satt und gut, aber du kannst es im Notfall immer noch mal wieder lösen. Das ist gar kein Problem. Fertig montiert sieht es dann so aus. Sehr hübsch, wie ich finde. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie ist denn der Gewichtsunterschied? Hier der Originalreifen mit 146 Gramm, vielleicht noch 2 Gramm ein bisschen hier Drecke drumherum. Durch Wasser bin ich nie gefahren. Damit kann er also nicht mehr beschwert sein. 146 Gramm der Originale Reifen. Und jetzt haben wir hier 314. Ich finde, das ist doch ein deutlicher Unterschied. Wenn ich das jetzt mal 4 rechne, damit können wir doch auf alle Fälle schon mal besser arbeiten. Aber jetzt fehlt natürlich noch die wichtigste Frage, wie sieht es denn aus? Wo schleift es? Und was müssen wir an der Karosserie bearbeiten? Die für uns kritischste Stelle finden wir sicherlich an der Vorderachse, nämlich beim maximalen Lenkeinschlag. Also hier vorne mit unserem Lenkestänge, das passt ganz gut. Und auch mit dem Radkasten, wenn er voll eingefedert ist, ja, kommt er so ein bisschen hier an den Kotflügel. Das war aber bei den Originalrädern auch so. Das Einzige, wo es bei den Originalrädern wirklich extrem knapp war, das war hier bei der Stoßstange. Und hier ist so der einzige Bereich, wenn wir jetzt voll einfedern, also wirklich komplett, dann fangen wir hier minimal anzuschleifen. Das heißt, ich werde jetzt hier von dieser Stoßstange, hier sitzt jetzt soweit nichts drin, werde ich einfach ein kleines Stück wegnehmen, sodass wir dann hier wirklich eine schöne Freigängigkeit haben. Das mache ich mal, das zeige ich dir jetzt mal, was ich jetzt hier vorsichtig wegnehme. Und jetzt hörst du es noch, ja, dass das hier so ein bisschen schleift. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie es jetzt aussieht im bearbeiteten Zustand. Das Ganze habe ich mit einem Dremel so ein bisschen bearbeitet. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann haben wir jetzt hier wirklich eine schöne Freigängigkeit, auch wenn wir jetzt hier den maximalen Lenkeinschlag nutzen. Unten hier an der Stoßstange habe ich etwas weggenommen, oben auch. Hier oben musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel wegnimmst, weil sonst sieht das hier bei der Karosserie ganz dämlich aus, wenn dir da auf einmal was fehlt. Aber wenn du das Ganze vorsichtig Schritt für Schritt machst, dann erreichst du hier wirklich eine schöne Freigängigkeit. Und hier unten juckt es wirklich keinen, ob das jetzt zwei Meter weiter hier steht oder hier in so einer Rundung endet. Ich finde es ganz schick, ich finde es ganz gut. Schleifen tut nichts. Aber wie sieht es denn jetzt an der Hinterachse aus? Was man definitiv sagen muss, der Reifen steht ein klein wenig weiter aus dem Radkasten heraus wie der Originale. Wenn wir das jetzt hier mal so kippen, dann sehen wir, der Originale, der würde jetzt ganz drin verschwinden. Und hier haben wir jetzt noch so zwei, drei Millimeter vom Reifen, die hier einfach überstehen. Was man jetzt natürlich machen kann, dass man an dieser Stelle mit einem Federwegsbegrenzer arbeitet. Bedeutet also, dass die Feder sich nicht weiter komprimieren lässt, als hier. Dass man da einfach ein Kunststoffteil zwischenpackt, sodass dann hier wirklich Schluss ist. Ich möchte es auf jeden Fall erst mal so versuchen im Gelände und gucken, wie oft nutze ich denn wirklich den maximalen Federweg. Und jetzt zeige ich dir natürlich das, auf was du die ganze Zeit gewartet hast. Die alten Räder im Vergleich zu den neuen. Bist du bereit? Hier die originalen, wirklich einfachen Kunststoffräder. Keine Beatlock-Felgen. Leichtes Gewicht. Und wir swappen einmal mit neuer Bereifung. Richtig schön schwer. Richtig massiv. Ich finde den Look ein bisschen brachialer. Ja, die Räder sind so ein bisschen offroadiger, ein bisschen plusteriger. Aber das darf so ein Crawler auch ruhig mal haben. Für 64,99 Euro. Ein Komplett-Radsatz aus Metall mit Canyon-Trail-Reifen. Das ist wirklich unschlagbar. Und mit ein paar Modifikationen passen die wirklich gut. Und wie sich das jetzt im Gelände fährt und wie die Performance ist und ob das besser ist als das, was vorher drauf war, das siehst du im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.